Luvas Heilerde ist ein Lösspulver und das Pulver kann man natürlich sehr gut einnehmen, wenn man es mit Wasser auflöst und dazu nimmt man ein halbes Glas Wasser, ein Messlöffel von dem Pulver und das rührt man gut auf, trinkt es herunter und kann dann mit einem weiteren halben Glas Wasser nachspülen. Und beim Granulat nimmt man einfach ein Tütchen, reißt das auf, nimmt das Granulat in den Mund und spült mit Wasser nach. Mit ein bisschen Übung geht das in zwei, drei Schlucken Wasser und dann kann man den Rest Wasser hinterher trinken. Und für die, die auch das schwierig empfinden, gibt es noch die Form der Kapseln. Das heißt, man nimmt Kapseln ein, mit Wasser hinterher spülen und schon ist die Heilerde im Körper und kann wirken. Was wichtig ist, die Heilerde hat ja keine höhere Intelligenz. Heilerde wirkt im Körper, indem sie Substanzen bindet. Und deshalb weiß auch die Heilerde nicht, dass zeitgleich genommene Medikamente möglicherweise im Körper noch wirken sollen und sie könnte diese Medikamente binden und damit unwirksam machen. Deshalb empfehlen wir unbedingt ein bis anderthalb Stunden Abstand von der Einnahme der Heilerde zu anderen Medikamenten einzuhalten, so dass dann die anderen Medikamente erst einmal aufgelöst und resorbiert werden können, bevor die Heilerde ihre Wirkung im Darm entfaltet. Die Heilerde Untertitelung des ZDF für funk, 2017